So, ich hab die Dynamitstange gefunden. Riba! Beziehungsweise das Loch. Die Dynamitstange hatten wir ja schon vorher. Die war einfach nur etwas weiter links. Ich... ja, war ja eigentlich klar. Ne? Aber was soll's. Oh Gott. Und weiter geht's. Ein Amigo. Riba! Wir haben es geschafft. Endlich. Ich hoffe, das war's dann auch mit Amigos. Oh! Ja! Nein! Stopp! Ich will wieder da hoch. Ich will wieder da hoch. Da war der Käsepfeil. Wir haben das Level anscheinend abgeschlossen. Oder? Oder? Nein! Das ist nicht wahr! Nein! Dieses scheiß Level hat einen zweiten Part! Nein! Ich krieg nochmal die Krise hier. Oh! Komm her, Gaia-Walli. Ja. Ja, super. Okay. Ich hab's ja provo... Ja! Ja, ja, ja. Provoziert. Ich krieg nochmal die Krise. In diesem scheiß Level. Es darf nicht wahr sein. Ich will doch einfach nur raus. Oh Gott. Absinkende Plattformen. Oh Gott. Böse Krabben. Ganz böse Krabben. Oh! Ganz böse, absinkende Plattformen. Uiuiui. Uiuiui. Das ist unfair hier. Scheiß Feuerball leckt mich am Arsch. Mann, Mann, Mann. Da kann ich doch stundenlang hier rumhüpfen. Super. Ich bin's, Bödy. Uiuiuiui. Oh! Ja, super. Boah! Was geschieht hier? Was ist hier nur los? Oh Gott. Wie ich dieses Level hasse. Wie ich es hasse. Es ist ein absolutes Hasslevel. Oh Gott. Und wieder zurück zur Dynamitstange. Ja, die ganzen Chili-Schoten sind mir jetzt gerade mal völlig egal. Ich will nur zum Dynamit. Und wieder auf die Plattform, die... Uiih! Mich tötet. Na, das war ja mal wieder klar. Und jetzt nochmal. Und HEP. Und, und, und. Und, Moment, ich warte die war noch. So, und jetzt. Und jetzt. Oh Gott. Uiuiuiui. Uuhuhu. Oh Gott. Ui. Ja, prima. Ja. Das ist jetzt halt so eine Sache hier, ne? Und, jawohl. Krabbi. So, und zack. Und nix wie hoch. Und den nächsten Amigo einsammeln. Hä? Hä? Na super. Jetzt haben wir auch noch so scheiß Höhlen hier in diesem dämlichen Level. Ich kotze hier noch. Ey, das ist doch nicht mehr normal. Aber wenigstens Energie. Das ist ja zumindest schon mal was Positives. Hey, Ameisen. Stirbt. So. So. Naja. Ich muss halt dadurch, ne? Autsch. 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 Lässt du mich wohl. Ich hab keinen Bock mehr. Ja. Ach. Ja. Käse sammeln. Ja. Und. Los. Nach. Ja, 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 ja. Dann halt nicht. Durch. So. Und. Nix wie rauf. Das war immer für mich für ein Arsch. Nur nicht mal ein Amigo hier drin. Dafür hab ich jetzt so viel schönes Dynamit in die Luft gejagt. Voll die Verschwendung. Na ja. Ist halt so. Kann man nix machen. Ah. Nein. Schluss. Ich muss jetzt aufhören hier mit dem Umgejammerer. Wir machen weiter. Wir haben ein Möhrchen gefunden. Für den. Dämlichen Hasen. Wehe. Der verrät mir diesmal kein Cheat. Oh. Ich bringe ihn um. Na ja. Na ja. Hüte. Ach, verdammt. Speedies mit Hüten. Na ja. Nix wie rauf da. Okay. So. Wie geht es jetzt weiter? Was kann ich hier noch tun? Sterben könnte ich zum Beispiel. So zum Beispiel, ja. Oder. Vielleicht aber auch so. Alternativ, aber auch so. Okay. Kann man nix machen. So. Kleiner Cut. Ihr habt das sicher gemerkt. Ja. Ähm. Ist halt so. Ich wollte das Level jetzt nicht komplett blind erkunden, weil... Ich sag mal so. Wenn ich hier noch fünf Parts für dieses scheiß Hawaii-Level brauche, ist das sicherlich auch nicht so sehenswert für euch. Also, machen wir einfach weiter nach diesem Cut. Nachdem ich die Insel so ein bisschen erkundet habe. Das heißt allerdings nicht, dass ich jetzt, ähm... Naja, großartig viel erreicht hätte. Oder viel gemacht hätte jetzt offscreen. Oder darf ich jetzt vielleicht endlich mal da rüber, du verdammtes Arschloch. Boah. Nein. Du musst hier ganz vor an die Kante. Du musst hier vor an die Kante. Und hepp. Sehr schön. Oh Gott sei Dank. Ein weiterer Amigo. Ei, 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 ei. Hehe. Sehr schön. Und weiter geht's. Und... Superschnell. Ah. 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 Und... Nix wie rüber. Hahaha. Ja, super. Mir ist auch aufgefallen, wie ziemlich rar gesät hier Extra-Leben sind. Ich mach seit Ewigkeiten... Na gut, seit zwei Levels. Okay. Mit reile Extra-Leben rum. Leute. Es gibt keine Continues in diesem Spiel, oder? Das ist doch unglaublich. Wer schafft sowas? Wer? Second Clicks, wie hast du das jemals geschafft? Ja. Ja. Na gut, so hast du dich bestimmt nicht angestellt. Ja. Was soll's. Ja. 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 Wunderhübsch war das. Ja, ich bin begeistert von mir selbst. Jetzt aber. Gut. Das hat doch mal gereicht. Und... Los. Oh. Möhrchen-Dock. Möhrchen. Aber... Die sind mir jetzt egal. Gaia-Walli ist wichtiger. Ach. Soll ich da jetzt... Nein. Ach. Da muss ich unten auf so eine dämliche Plattform und noch scheiß auf die Möhrchen-Dock. Dein Passwort bringt mir eh nix. Ich hab Safe-States. Juhu. Du Penner. Ich bring dich um. Das... Das... Das schwör ich dir. Das... Das ist jetzt schon völlig klar. Immer diese Killerspiele hier. Nicht wahr? Ja. Ach. Gott. Echt Gott. Haha. Stirb, Gaia-Walli. Nein. Ich hab gesagt, du sollst sterben, Gaia-Walli. Gaia-Walli. Stell dich nicht so an. Ich will dich doch einfach nur ein bisschen töten. So. Und? Na, da warte ich lieber noch. Gaia-Walli kommt nochmal. Hallo, Gaia-Walli. Und... Hahaha. Das war's für dich. Und... Zack. Und dann nix wie nach links. Oh, nein. Da muss ich wieder über lauter Plattformen, die absinken können. Äh. Wow. Oh, 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 oh. Ganz so weit hätte ich nicht springen müssen. Okay. Sehr gut. Ach, Möhrchen-Doc interessieren mich jetzt nicht. Scheiß drauf. Juhu. Und ein Amigo. Arriba. Gott sei Dank. Und ist vorbei. Ich hoffe, das reicht dann langsam mal mit den Amigos. Wir sehen uns im nächsten Part von Cheese Catastrophe. Bis dann.